Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Top-Kommentar? Okay Leute, der Top-Kommentar von diesem Video. Okay Leute, so startet man auch mal einen schönen Tag. Ich starte ihn eigentlich immer mit Musik und dann diese Lampen, das ist so geil, wenn die immer dazu abgehen. Finde ich auf jeden Fall mega fresh und jetzt würde ich sagen, geht's erstmal los mit dem Tag. Was wir heute zu tun haben, steht hier drauf, aber das ist erstmal Nebensache, denn heute hat mein Vater Geburtstag und wir gehen erstmal nachher wahrscheinlich irgendwie Mittagessen oder Kuchen essen oder so eine Scheiße. Ich habe auch natürlich auch schon ein Geschenk gebracht, aber da seid ihr natürlich alle nicht involviert, denn das ist alles so ein bisschen privat für mich. Ich werde heute wieder den ganzen Tag euch mitnehmen, aber wir dürfen natürlich währenddessen nicht die To-Do-Liste vergessen. Deswegen habe ich die auch eigentlich, damit ich halt nicht abgeschweift werde von den Sachen, die ich eigentlich machen will. Denn heute wird das Top-Kommentar raus. Ich weiß selber noch nicht, welches es ist. Ich habe diesmal nicht reingeguckt. Ich werde auch selber überraschen lassen. Ich bin sehr gespannt, was es ist. So und hier unten, falls ihr schon was gemerkt habt, steht Hey Moritz, 788 Sub. Das war von gestern. Das habe ich da ran gemacht. Ich habe jetzt doch noch eine geile Idee dafür gefunden, für das, was wir unten machen könnten. Aber das ist jetzt immer mein Sub-Counter sozusagen. Und für heute werde ich den jetzt erstmal ändern. Einen Stift. Oh mein Gott, Leute. Das war das erste Mal, dass das Gorillapod echt runtergefallen ist. Aber richtig heftig. Alter, das Gorillapod nutze ich nicht mehr. Das ist jetzt schon richtig ausgeleiert. Ne, 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 ne. Meine Kamera hat sogar irgendwie noch hinbekommen, den letzten Clip sogar wieder herzustellen. Aber stand die ganze Kamerafehler. Der kam in der A7, als wäre jetzt gerade fast Schrott gewesen. Ach du Scheiße, Alter. Aber er scheint einfach noch anders zu funktionieren. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist nicht wahr, Alter. Es ist einfach jetzt gerade abgefallen. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? What the fuck? Ich werde jetzt erstmal ohne Gorillapod weiter filmen, weil ich habe gar keinen Bock nochmal zu riskieren, dass diese Kamera nochmal runterfällt. Gut, es hat jetzt auch schon die Jahre hinter sich. Aber ich glaube, so wird das auch gehen mit dem Film. Ihr seht mich ja jetzt auch genauso wie vorher. Das einzige Problem ist halt, wie ich meine Kamera jetzt irgendwo festhalte oder so. Egal, wir machen weiter mit dem Film. Die Szene, die ich eigentlich aufnehmen wollte, ist, dass ich 7820 Abonnenten jetzt habe. Und dafür mit dem Grünstiff, das jetzt immer da drunter schreibe, wie viel ich vom gestrigen Tag hatte. Und vom gestrigen Tag, habt ihr ja vorhin gesehen, hatte ich 7788 Abonnenten. Das heißt, von da bis da haben wir eine Summe von plus 32 zu gestern. So Leute, aber jetzt kümmern wir erstmal auf Platz 1 und holen den Top-Kommentar. Das heißt, let's go. Leute, wir sind jetzt hier wieder in Sebastians Wohnung. Irgendwie war die Tür hier auf. Und, warte mal, ich weiß nicht, ob die mich jetzt pranken wollen oder so. Aber hier ist jetzt auch die Tür irgendwie auf. The fuck, okay. Basti? Was ist das? Ich verschwinde jetzt von hier wieder. Ich bin irgendwie, ist das Grusel hier. Wir haben den Brief hier drin. Okay, so funktioniert es anscheinend nicht. Das hier ist auch kein richtiger Kleber. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Top-Kommentar? Okay, Leute. Der Top-Kommentar von diesem Video scheint zu sein. Oh mein Gott, Moritz, lass ich so deinen Beatles-Platz mit 20 Daumen nach oben. Okay. Herzlichen Glückwunsch und gehen auf jeden Fall raus an Tritox, dass er jetzt hier an meiner Wand hängt. Top. Natürlich heißt es natürlich wieder, dass ich unter diesem Video wieder mal das neueste Top-Kommentar rausgesucht werde, der ausgelockt wird und da hingehangen wird. Das heißt, schreibt fleißig wieder schöne Kommentare. 12 Sekunden später. Weil wir gehen jetzt zum Brunchen oder wie nennt man das eigentlich? Nein, ganz gut normal ins Café. So, so sieht das auch schon besser aus. Das ist ganz egal, aber ich bin diese schwarze Lackierschlosser gesehen einfach der Beste. Guck mal, Carly. Das war beschissen, wolltest du sagen. Teleportation 3, 2, 1, go. So, Leute, jetzt sind wir endlich wieder back at it again. So, hier sehen wir mein Whiteboard. Also, was können wir wegstreichen? Wir sind ganz normal ins Café gegangen. Weg damit. Ich will draufschreiben. So, und zwar Carly waschen. So, okay, dann würde ich sagen... Und vielen Dank für die ganz guten Support in den letzten Wochen. Ich bedanke mich nochmal. Ich mache diesmal die To-Do-Listen nicht für heute Morgen, sondern die machen wir dann auch morgen erst. Schreiben wir dann fleißig Kommentare, damit wir das Top-Kommentar wieder mal hier morgen aufhängen können. Falls ihr hier der Abo beschlossen wollt, falls euch das alles hier gefällt, was ich hier tag-mich auf die Beine stelle, dann lasst gerne gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt mich sehr viel und das hilft mir auf jeden Fall sehr viel und die bringt mir auf jeden Fall sehr viel Motivation. Und um kein Video zu verpassen, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Ciao.